moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem kurzen video möchte ich euch zeigen wie ihr die season 5 multiplayer herausforderung ganz weit weg abschließen können und zwar müsst ihr hierbei aus großer distanz jemand mit der primär ausrüstung töten primär ausrüstung sind granaten also die semtech splitter molotov tomahawk diese halt und ich mache das bei hardcore nuketon und hier ist es wirklich sehr sehr einfach leute durch hierfür einfach eine semtex mit und jedes mal wenn ihr spawn schmeißt wie ich hier einfach die granate across the map und dann werdet ihr früher oder später jemanden töten und die herausforderung abschließen das war's mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal